ok dann mit mehr schwung rein dann haben wir gesagt dann fahren wir oh du scheiße oh der stein da rein ok dann muss man definitiv öfter fahren damit man die kennt da müsste es gleich eigentlich ein double kommen ja genau yo das sah nice aus das sah relativ hoch aus ja ich habe das sehr gut Oh, 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 oh. Oh alter sag ja es wird steil ach ich bleib hier sitzen schön gemütlich hier gut also das sah jetzt wieder so easy aus von dir da wäre ich jetzt fast geneigt es trotzdem zu probieren ich weiß nicht ob ich alleine bin ja ja alf bist du eh ganz anders eingestellt ich habe dich jetzt nur putzeln gesehen was hast du denn angestellt gut da vorne habe ich abgezogen oder da und dachte mir ich kann da so rein hupsen und bin da so oben drauf gehupst ein bisschen darstie hier scheiße ich glaube die Kurve auch mal an hier 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 ja total locker ich glaube das war die kette ohne ich habe fliege in der brille das ist wenn man halt einmal hängen bleibt und sich loch in die guggelnei rennt das ist wenn man die halt hier am handgelenk hat dann habe ich die brille am handgelenk und zack war noch oben drin oh 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 schön halt das war schöne kante woops okay das war aber mit dem Helmrecht schnell knapp ne das war halt wirklich voll auf dem Kopf da hat es mir richtig schön ja du hast dich halt vorwärts abgerollt ne ja ich hab überall Sand du siehst auch recht sandig aus im Gesicht das ganze kommt ja echt heute oben da noch wenn die Ruhe in den Körper hineinkommt ja ja aber ich hab dich endlich mal richtig hevli gesehen ziehst du noch Newtonmeter fest? nicht, ne halt so handwarm na gut dann mach ich es mir besser nicht fester weil ich nicht weiß was bei dir handwarm ist ich glaube ich bin schon in der Hinsicht kurz vorab was Schrauber fest anziehen geht ja die ist gut fest ganz schön ja 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 da habe ich gerade geschluckt irgendwie habe ich gerade eingeatmet scheiße proteine ich bin mit dem rennrad unterwegs und richtig schön tief durch den mund eingeatmet also wenn wir das letzte mal hier waren war es feucht und rutschig jetzt ist es trocken und rutschig schon ja 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 ich sollte vielleicht ein bisschen mehr abstand nehmen den scheiß stotzer hätte ich beinahe eben erwischt alter bist du runtergerollt das war eigentlich der drop wo ich gemeint habe so jetzt steh ich wieder richtig schönheit ich hätte meinen brustgurt anziehen oder wegen dem herzschlag ich glaube ich habe jetzt schon wieder ein 160cm okay das stück ist da oben ist schon ja aber krass das hätte ich mich damals nicht getraut zu fahren wow da ging es vor der radweg es war dann also zu viel gebremst ok ja genau dann sind wir ja ohne schon auf dem das eklige gefühl es war der erste step up nice 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 ja können wir öfters mal ja ja